Jo Leute herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead Island. Heute endlich together mit Kawomani. Hallo. Jo wir machen jetzt mit der Hauptquest erst mal weiter. Ja soweit das hier möglich ist. Mal sehen wo wir jetzt hier hin müssen. Ich sehe im Moment doch kein Ziel. Wir haben gezeigt. Keine Ahnung. Jetzt mal runter. Ach der Idiot gibt uns einen Aufkommen glaube ich. Ich suche autobox in der Nähe nach 1 Satzzeilen und komme mit 4 Satzzeilen zurück. Sehr einfach. Wollen wir machen oder wollen wir machen? Jo. Wollen wir machen. So. Lazarus erhebt sich. Okay ich kenne Lazarus nur als Programmierprogramm aber. So warten wir hier noch. Energy Drink. Ah scheiß. Pugeln. Was heißt das jetzt da hinten? Das ist mei. Die verhelfen soll ich. So reinzustellen. Weißt du das? Hol Benzin von der Tagsteller um den Leichen zu verbrennen. Schwierigkeitsgrad sehr schwierig. Okay. Ja doch. Ich weiß noch wie das war. An die Mission kann ich mich noch etwas erinnern. Aber machen wir erstmal das andere. Die schönste Brack teilen. Jo. Ja. Das Plakat hier passt nicht mehr so zum Szenario. Ja. 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 Okay. Okay. Gut. Also schon. Sollen wir jetzt zurückbringen oder vielleicht zum nächsten Mal? Keine Ahnung. Okay wir machen weiter. Jo. Hier ist nichts hier drüben. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich hoffe du findest einen Baseballschläger. Ich sollte mal hier gucken was ich noch für eine Waffe wechseln. Nehmen wir auch ein Messer. Ich brauch unbedingt einen. Ah ja. Du brauchst ihn auch für deine Kombi dann. Aber wie kann er sich nicht mehr Waffe wechseln? Ähm du musst glaube ich hinten ERB muss gedrückt halten. Und dann kannst du da auswählen. Ah schon wieder so eine Irre wie das kommt. Oh der Kopf ist auf. Geil. Wie liegt der Kopf? Hier vorne liegt ja Gehirn oder irgendwie sowas. Hier direkt hinter dem Bein. Ach keine Ahnung was das sein soll. Ja irgendwie gar nichts. Guck mal. Schlecht. Es ist irgendwie schlecht. Okay. Oh komm hier. Verpiss dich. Verpiss dich. Schau mal. Oh. Stopp. Ich glaub der ist tot. Oh du bist fertig. Ich bin auch nicht tot. Wow. Da fängt die scheiß Alarmanlage noch an. Sinnlos. Fällig sinnlos. So. Energy drink. Nehm ich dir mal. So. Oh. Ach der ist auch so lang. So hat es mich immer an. Unnötig. Ich war richtig schön genervt. Ich bin mal richtig schön genervt. So mal gucken. Hey das sind schon wieder ein paar Freaks. Ist das hier unten? Okay, hier halte ich mich erstmal fern. Oh, scheiße, Schläger. Das brauch ich gar nicht. Scheiße. Scheiße. Ja, halt keine Ahnung mehr. Komm zu, du seid nett. Hallo. Da. Weh mal. Au, 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 au. Mach massier doch mal nen Tritt, Freundchen. Oh mein Gott, meine Waffe muss immer... ...l muss hier weggehen. Alter, Fotze! Scheiß, oh Gott, ich bin nicht tot? Ja, ich bin nicht tot. Noch nicht ganz. Aber so gut wie. Okay, das war's dann doch. Da war man so viel Leben. Ist ne, weil ich grad tot war, deswegen. Dann geht der jetzt wieder langsam runter. Der ist tot hier. Ja. Oh Gott. Wollen Sie aschleieren die Treppe hoch oder was? Ja, die müssen weg jetzt. Ich komm noch meine ganzen Wochen, die sind alle von dem Arm. Brauch ich den dabei ja. Was haben wir hier? Irgendwie besser als, ja das hab ich geworfen. Achso. Wir haben alle Teile. Wollen wir erstmal noch weiter erkunden oder so? Ja. Warum nicht die besten Stimme? Oh, das hab ich in denen noch nicht mehr als Paddel. Nur mal einen Spaten. Ja, komm du Arschloch. Kassier mal ein bisschen. Zack. Und das willst du jetzt hier? Alter Scheiße. Infiziert das Arschloch. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie infiziert haben. Wie kann ich mir den, 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 den Verboten aktivieren? Ähm. Oh Gott. Achso. 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 Wenn du jetzt mal die Kerle spielen. Ich glaub die, dass der Faddel nach oben oder? Ne, das war ja das war ein Menü oder nach unten. Ah, ich hab da noch nicht mehr spiellich. Ich glaub ich mir spart, ich glaub ich mir spart, ich wollte mal den Spaten. Ich glaub ich mir spart ein Warten, ich schlafe mir das nicht. Haja. Ah schon. Ah, Alter. Juh. Ja, ich hab dich auf. Na mal, ich hab du ihn spart. Ich hab dich auf. Oh, wo das sind das. Ich hab dich auf. Oh, wo das ist das? Hoew... Ich muss noch kurz die Steuern auf dem Alkohol Ja Gut Guck mich hier noch ein bisschen um Ich könnte mal einen Energydrink gebrauchen Red Bull, wo bist du? Ah, die müssen halt die Fotze beschenzen Stopp Steuern Tschüss So was haben wir hier? Ach Frucht, naja gut Besser jetzt gar nichts Wenn man die Dichung spürt Also weil B So B Jo, gucken wir mal Ja Großer Rade Lass mal zurück gehen Ja Jo, ich hoffe mal, dass das mit der Sprachlautstärke auch alles herkommt Und Was sollt ihr eigentlich? Ja Ja, das ist mal So, die Maincrests sagten wir sollen zur Tankstelle, ne? Die müssen aber erst noch annehmen, glaube ich, die Maincrests. Ja. So. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal, der Typ hier hinten war das? oder? Ja, ja, lass mich mal. Ich geh da mal vorne. Oh, da hat er doch. Wie? Ich steh mich da weg. So, was willst? Ich geh auch jetzt zum Shopper. Ja. Ich finde, du hast das geschehen. Und Friedi, nimm schon mal hier die Fest an. Ja doch. Kannst du mal kurz zu mir? Ja. Weil hier ist grad... Da muss man die Tür aufdrehen. Also das Aufwachen, die da hinter uns. Aber erstmal kurz zum Shopper. Hey, hier ist ein Shop. Ist grad nicht. Warte mal. Wo waren das? Ich weiß ja auch. Ja. Ja. Ich bin so ne alte Fortser, der da. Alter. Der abgeht. Schiss, Alter. Jetzt sind wir hier. Schmerztabletten. Sehr schön. Wir schöner. Ja. Lassen wir dich wieder nehmen. Wer nicht zu reden. Ja, das ist gut. Guck. Es ist ein Auto. Suche eine Rettungswahl oder ein Vorzug der Rettungswahl und realisiert eine Schiedertasche zum Turm. Belohnung, ihr Knie und sich mit. Später für euch. Ja. Ich kann uns ja nicht verschöpfen. Ah, hier. Ich handel über die Reine. Ah, gut. Ach, nur die Kälte. Oh. Oh, ich hab's die Quelle. Die geht auch nicht zu für dich mit meinem Wind. Die geht nicht auch ganz zu für dich mit meinem Wind. So. Die geht auch nicht zu für dich mit meinem Wind. Das ist die Kälte. Ich hab's die Nadeln. Wie haben wir da denn, ey? Rauch. Ja, ich hab's mir hier dran. Jut. Ja, guck mal. Du kannst doch was abgraben. Könnte ich auch, ja. Ich guck auch mal. Ich mein hier deine Fähigkeiten. Wo du dann da auch gestiegen bist. Ach, scheiße. Hast du noch Reiz, oder? Nee, ich hab noch eine andere Stimme. Du kannst noch mehr, du hast ja jetzt gemacht. Warte mal. Ja, ich mach das später aus dem Geiz. Hast du mich so schocken? Ja. 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 Wir kommen jetzt erstmal wieder die Schweststraße hoch. Und da oben hinten kommen dann. Lass mal an. Lass mal an. Lass mal an, Alter. So sieht das scheiße aus. Zuckst du das an? Ja. 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 Der will sich wieder abquälen, wir haben jetzt einfach ein Gerennen. Ja, endlich schon wieder ein Freak. Ach ja, muss ich wieder runter? Nee, wir gehen in die Straße heute. Tschüss. Tschüss. Ach, wir sind jetzt nicht wieder so viele Arschlöcher. Noch 170 Meter. Ach, scheiße. Das ist Tücher. Pforze. Pforze. Scheiße, Alter. Ich seh grad auf mich. Was zum Teufel. Was ist hier los? Pforze. 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 Tja, ist ja blutig hier alles. Das finde ich scheiß Vieh. Pforze. 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 So, mal sehen, jetzt müsste eigentlich bald die Tankstelle kommen. Na gut, noch 150 Meter. Pforze. 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 Ja, noch 30. Pforze. 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 Das ist doch Lothar oder nicht? Tschüss! Wo? Ja, machen wir mal die Straße weiter. So wie es aussieht. Alter, was ist das für eine hässliche Furze? Ihhh! Steppen hier. Das ist nur... Schwerer Stock. Schwerer Stock. Tschüss. Alter. Er chillt hier auf dem Autodach. Oder auf meiner Mutterhaube. Ist auch nicht schlecht, ne? Ja. So, mal gucken. Ach ja. Dann sollten wir das gleich noch ausnutzen. Eingestiegen? Ja, dann ist die Straße quasi noch ein Stück weiter. Nein. Also wie fahren das? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja. Das ist ein bisschen träge. Ah, Autofahren hat auch ein lustiges Spiel. Ja, das ist los. Na, ich schätze Scheibe. Ein Schlag. Ja, voll drüber. Oh, nee. Wolang hat er denn jetzt rumgemustelt? Wolang hat er denn jetzt rumgemustelt? Dankeschön. Oh, nee. Oh, nee. Scheiße. Ah. Das ist der Dreck. Erstmal nur umdrehen. Ja. Nehmen wir mitnehmen. Ja. Ja. Können wir das noch gehen? Fast schon. Ich geh mal auf das Ziel hoch. Ich geh mal auf das Ziel hoch. Ich glaub, da ist der scheiß Leuchtturm bei oben. Jetzt nachher ein anderes Missionsziel. Ja. 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 Ich hab' mir gebraucht. Ja. Ja. Und vorne steht noch einer. Der sagt gar nicht genau so. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich muss erst mal meine andere Sachen nochmal auspusten. Ach Gott, das war irgendwie viel scheiße. Das sieht mal aus. Jetzt mal das scheiß Ding. Was? Ich ziehe euch nicht. Oh nein. Okay. Das verstehe ich auch nicht. Du bist abgestochen. So, was kostet denn, wenn du der Schwurt? Ja, okay. Da kann ich wieder sagen, so schlimm, weil der Gaddafi doch wieder nicht. Wieder ein schwerer Stock. Oh, die Fresse gestoppt. Der hat ziemlich gut ausgemacht. Tschüss. So, geradezu. Links. Ach Gott, ey. Tschüss. Alter, Fotze. Kopfschul stoppen. Geil. Ja, für irre. Ach so. Ja, schon wieder irgendwas. Ach, da waren sie schon. Halt's Maulknick. Ich freu mich nicht. Verstehe ich auch nicht. Ich nehm mal Tür. Lass sie mal ziehen. Dann guck die da oben hin. Oh Gott, ich glaub das war scheiße hier. Da kommt doch wieder der Schläger. Ich glaub der war ein Schläger, ja. Ich hab hier noch das Geld aus der Kasse. So. Ausweiß. Ach so, brauchst du jetzt mal einen Kalister? Ja. Da sieht er da. Wer ist denn jetzt? Lass ihn erst mal stehen. Gut. Du bist ja einfach das. Ah, steht kein Reichweiß. Auch mehr leere Kalister. Jetzt sind wir wieder in Ruhe. Vielleicht auch mal zwei draufschalten. Gut, guck mal was hier da unten ist. Ja, ich glaub der ist halt drin hier. Jaja, jetzt muss man hier hochklettern irgendwie. Oh, wir hören ihn schon. Arschloch. Guck mal rein. Guck mal rein. Guck mal rein. Oh Gott, ich hör schon was. Oh Gott, ich hör schon was. Wo ist er denn? Ah, direkt hinter mir oder was? Nimm mal die schlecht schaufel hier, du Idiot. Bevor die Idiot kommt. Bevor der andere Idiot kommt. Scheiße. Aua. Astrein, ey, Astrein. Warte, ich kann's nicht machen, du. Du, okay. Ey, mach doch jetzt mal hier. Ey, wieso? Mach doch diesen... Mach doch diesen Power. Ich steh den von hinten schnell ab. Halt's ab, schnell, Alter. Scheiße. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ah, scheiße. Oh Gott. Jetzt sieht's echt nicht gut aus. Jetzt sieht's echt nicht gut aus. Ja, ist er tot, ist er tot, ist er tot. Komm, noch ein Stich, noch ein Stich. Endlich. Ich... ...meine Felsin ist Arschmann. Oh Gott, scheiße. Oh, putze. Alter. 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 Scheiße. Ach Gott, wo war Taschenlampe? So wie es ist. Scheiße. Ach so, Taschenlampe. Okay. Taschenschlampe. Der kommt gleich da. Ich kriegt den auf den Boden rum. So, war nicht vermöbelt. Ach, Halt, y. Na ja, ich... Jut. Mach das so auch. Ach ja, das müssen wir in das Auto hinten reinladen. Und dann... ... damit wieder abhauen. Und dann ist die Mission, glaube ich, erledigt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. ... ... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich merke nichts hier. Alter, komm. Ich bin gleich tot, ey. Scheiß, Eisenschlange ist auch fast zu machen. Ich weiß nicht, dann muss man die nur in das Auto schieben. Man muss erst mal früh machen. Ach so, okay. Dann habe ich erstmal die Eisenstange. Ach nee, den dürfen wir dahintragen. Ins Auto musst du ihn, glaube ich, reinhauen. Nein, zu den Typen tragen. Aber du kannst, glaube ich, mit dem Auto hinfahren. Du kannst, glaube ich, ins Auto schmeißen, im Telefon halt die Schnauze. Ach Gott, ey. Kannst du ein? Ja, ich habe heute gerade versucht, die Waffe zu wechseln. Das ist halt so inkompetent. Wie war das denn? Wie war das denn? Das ist echt nicht schlecht. Alter, halt die Schnauze, scheiß Telefon. Das ist wieder so typisch, dass im Let's Play das scheiß Telefon klingelt. Lass die Schnauze mit deinen Fähigkeiten. Das Punkt mit vorher ist das gar nicht. Was ist denn Kallister? Ich weiß nicht, kann die irgendwie nicht aufnehmen. Dann brauchen wir noch einen, ja. Vielleicht wie gestern, dass ich down bin, oder? Keine Ahnung. Dann steck mal einen. Dann brauchen wir nur einen. Hoffen wir mal. Gut. Dann können wir wieder zurück zur scheiß Basis da fahren, zu einem scheiß Rettungsturm. Und dann werden wir auch mal Schluss machen mit dem Part. Ja. Ich kann ja nicht raus was machen. Warte mal. Bisschen behindertig auch. Entschuldigung, Alter, Mann. Schlag die Scheibe ein. Ich sehe das nicht. Hör mal, Mann. Ich kann dich auch nicht fahren. So, wir sind fast. Ja, gut, bald da. Hör mal, ich bin mal wieder zurück. Ich bin jetzt gut, das ist noch mal dran. Das ist noch ein Scheiß, Mann. Ich bin jetzt mal dran. Ja So, haben wir auf, dass der Scheiß auch reicht Ja auch, ich meine Selte auch nicht Ah, doch hier ist hier eine Makierung für ein Kanister Okay Guck mal, die du fällst du immer, das können wir dann Tja, Leute Schöner Abschluss, ich hoffe es hat euch gefallen dieses Mal Wenn ja, könnt ihr das Video gern positiv bewerten Oder unseren Kanal abonnieren Und wenn nicht, dann nicht Also Leute Dann Haut rein, bis zum nächsten Mal